So, dann sag ich mal Hallo und Willkommen zurück bei Prison Architect hier in unserem Frauenknast. Ich bin der Zobarock und wir machen gerade eine Razzia, dass wir einmal schauen, dass wir hier Waffen finden und, ähm, was machen wir hier? Wir, äh, gestohlene Werkzeuge und Waffen finden. Mal sehen, was wir da zusammengekratzt kriegen. Ich glaube, wir brauchen aber auch mehr Wachen. Wir brauchen mehr Wachleute. Wir haben jetzt 20, oh, 3, 4, äh, was haben wir jetzt? 24, 25 Stück. 25 Wachen haben wir eingestellt. Zwei Bewaffnete. Da haben wir was gefunden. Alter Schwede, wir haben Gift gefunden. Fräulein, 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 wie kann das angehen? Also, wisst ihr was? Die Frauen sind kein Deut besser als die Männer. Das ist genau das gleiche Problemchen. Warte, was haben wir hier? Na, was finden wir? Vielleicht sollten wir den Hund auch mal hier in der, den Hund auch mal laufen lassen. Alter, wie sieht das hier denn aus? Freunde, räumt doch mal auf. Das ist doch nicht zu fassen. Das gibt's doch gar nicht. Nee, 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 nee. So, alle sind in Arbeit, alle sind beschäftigt. Wir sind aber, wie gesagt, das muss noch laufen. Aber wir machen erstmal die Razzia hier durch. Ein bisschen mehr Gas geben hier. Mehr Gas geben. So. Und wir haben die Sachen gefunden. Was wir sollten. Es gab wieder ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Das ist doch super. Bauen Sie ein Überwachungsgeschichte. Genau. Dürfen wir das so machen? Nein, Überwachung ist noch nicht freigeschaltet. Taser-Ausgabe 11 Stunden. Okay. Gut, das läuft immer nur eine Sache zur Zeit ab. Okay. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir das machen dürfen. Weil, dann muss er unbedingt im Sicherheitsbüro. Kommt denn die Überwachungsgeschichte rein? Und dann... Ach, hier. Das ist ja Kantine. Kantine ist auch fertig. Das nehmen wir mal weg. So. Objekte. Räume. Zack. Es wurde ein Handy gefunden. Ein Handy. Fertig. Razzia. Ähm. Kantine. Küche, 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 Kantine. Wollen wir hier mal erweitern? So. Haben wir denn auch Strom da unten? Das haben wir. Alles bestens. So. Ähm. Wir brauchen noch mehr Objekte. Wir brauchen noch, äh, Serviertische. Wie rum haben wir die jetzt? Können wir das sehen? So. Das ist jetzt so rum. Richtig? Ja. So. Und den stellen wir mal. Einmal so rum und einmal da hin. So. Dann können die da auch laufen. Und dann müssen Tische und Bänke. Ähm. Und zwar machen wir das mal so. So. Was haben wir hier? Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Passt das? Ja. Eins, zwei, drei. Passt das denn? Ja. Das passt sogar. Öh. So. Und Bänke. Ähm. So. 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 Und die beiden hier auch. Sehr schön. Das ist doch mal super. Passt da eventuell noch ein Serviertisch? Ne. Dann wird es nicht. Das geht nicht. Dann können sie da nicht mehr durchlaufen. Das wäre doof. Ähm. Aber vielleicht sollten wir hier mal einen kleinen Fernseher reinstellen. Damit sie auch mal was zu gucken haben. So. Kleinen Fernseher. Warte mal. Können wir das umdrehen. So rum. Zack. Ne. Zwei Stück. Und dann stellen wir da auch ein. Stellen wir da auch. Überwachungskameras können wir schon machen. Sind wir fertig? Nein. Sind wir fertig. Und der Laden. Oh. Hier ist so viel. Ja. Ist genehmigt. Wir dürfen. Wir dürfen beigehen. Sicherheitsbüro. Objekte. Wo haben wir es? Mh. Abhöranlage. Die ist natürlich auch sehr interessant für uns. Abhöranlage. Was haben wir hier? Überwachungsmonitor. Den brauchen wir natürlich. Das hier kostet ein Tausender. Zack. Überwachungsmonitor. Bau den mal dahin. Und wir machen hier die Kameras. Die wollen wir mal jetzt platzieren. So. So. Kriegen wir das gedreht? Wo ist denn die Kamera vorne? So. So. Zack. Da kommt die Kamera hin. Wir wollen das hier echt im Auge behalten. Die ganzen Kram. Da kommt die Kamera hin. So. Hier in der Frauengeschichte. Da kommt auch die Kamera hin. Und zwar. So. Da wollen wir natürlich. Den Laden wollen wir auf jeden Fall hier überwachen. Und zwar nach. Ne? So. Hier kommt auch eine Kamera hin. Das müsste eigentlich schon reichen. Das müsste eigentlich schon soweit ganz okay sein. Eventuell können wir hier noch eine Kamera einsetzen. Zack. Und dann hier genauso. Das reicht. Wir müssen die erstmal verbinden. So. Wenn die platziert werden. Wurden. Können wir die abreißenden Verbindungen verbinden. Zack. Ist verbunden. Wollen wir noch eine? Da oben. Verbunden. So. Wo haben wir noch? Können wir die? Da oben ist noch eine. Das ging immer. Fies, Freunde. Das ging echt schnell. Wo haben wir denn noch? Sind die anderen auch schon verbundenen angebaut? Ne. Noch nicht. Die sind aber dabei. Die laufen gerade da hin. Da ist noch eine. Zack. Wie. Ich weiß gar nicht. Wir glaubt fünf Stück waren das. Ne? Die wir verbinden könnten. Ich glaube. Können wir von da aus jetzt. Wenn wir jetzt da rüber gehen. Ne. Inaktiv. So. Wenn wir jetzt die beiden verbinden. Und da rüber. Ach. Das geht nicht. Doch. Ist doch. Ist verbunden. So. Ich will mal schauen. Inaktiv. Warum sind die inaktiv? Warum sind die inaktiv? Weil wir ja keine Wache stehen haben. Kann das sein? Weil wir keinen Strom haben. Natürlich. Mein Gott. Wir brauchen Saft. Wir brauchen Strom. Strom. So. Bau da Strom hin. Ein Todesfall. Hallo. 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 Wo ist hier ein Todesfall? In der Dusche. Die kleine. Zu kleine Dusche. Wo ist der Todesfall? Todesfall. Die Dusche ist zu klein. Wir müssen die Dusche vergrößern. Da. In der Dusche. In der Dusche ist Terror. In der Dusche ist Terror. Ohne Ende. Wie sieht das aus mit Taser Ausgabe? Elf Stunden. Alter Schwede. So rein, Freunde. Mach da. Runter auf. Ich meine, die klingeln hier ziemlich schnell wieder beruhigt, die Damen. Also das geht noch so einigermaßen. Eine Tote. Warte mal. Schauen wir mal nach. Was haben wir hier? Brandstiftung. Brandstiftung, Sachbeschädigung, 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 Raub hast du nicht gesehen. Ziemlich ne. 15 Jahre. 15 Jahre. Na gut, die hat sie jetzt nicht mehr so, muss man sagen, nicht? Bisschen sehr traurig. Naja. Okay. Ich muss die Duschen vergrößern. Das geht so gar nicht. Die Duschen werden vergrößert und zwar jetzt. Das läuft nämlich nicht. Das ist Panne, sowas. Gebäudemauern hier. Zack. Wir müssen das bis dahin vergrößern. Dann müsste die Dusche auf jeden Fall ein bisschen größer werden. Und das müssen wir hier auch machen. Die Dusche ist zu klein. Die ist eindeutig viel zu klein. Ach ja, wie ärgerlich ist das denn? So, was sagt unsere Bedürfnisgeschichte? Nahrung. Ach Gott, die dreht gleich durch. Aber warum sagt er mir nichts? Warum sagt er mir nichts? Ja, da haben wir eine tote Tagesplanung. Dusche, Arbeit, Freizeit, Essen. Die haben verflucht normal Hunger. Und zwar ordentlich Hunger haben sie. Die Duschen werden auf jeden Fall vergrößert. Die sind hier am Bauen. Das nützt nichts. Warte mal. Die Zellentüren. Die müssen wir hier auch mal auf Entriegeln schalten. Die auch. So, halt, stopp. Nein, ich lampe nicht. Das hier. Entriegeln. Das Ding auch auf Entriegeln. So, Entriegeln. So. Alter, hier ist... Die haben Hunger. Die haben furchtbar Hunger. Die haben furchtbar Hunger. Warte mal. Wie ist das jetzt mit der... Haben wir jetzt Saft hier unten? Doch, haben wir. Die Kameras sind an. So, warte mal. Augenblick. Logistik. Personaleinsatz. Okay, das ist... Nein, stopp. Was ist denn? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Nein, nein, nein. Hier kommt keiner hin. Jetzt haben wir halt. Da, die Kameras. Verbinden. Zack. Ach, die können nur... Wir können nur... Wie können wir denn hier? Oder wie haben wir denn verbunden? Müssen wir da hingehen? Die wird überwacht. Die wird auch überwacht. Gehen wir mal da rüber? Nein, na stopp. Nochmal. Zack. Die wird auch überwacht. So. Dann müssen wir auf jeden Fall... Die hier. Geht das da hin? Warum wird die nicht überwacht? Was haben wir denn jetzt? Ein, zwei, drei Kameras. Wenn ich da von da rüber gehe... Könnte ich die nicht verbinden? Okay. Dann könnten wir da hin und her schalten. Und wenn ich jetzt von der... Da oben hin laufe... Und von der da rüber... Dann müssten wir sie eigentlich alle verbunden haben, oder nicht? Er müsste doch jetzt eigentlich hin und her schalten können. So, wir machen mal auf Pause. Ich will mir das mal hier direkt näher angucken. So, hier ist auf jeden Fall... Äh... Um gut behandelt zu werden. Am Ernsthafen beschweren. Sind fünf... Hast nicht gesehen. Unterdrückt. Und was haben wir noch? Bewaffnete Wachen sind im Dienst. Ja gut, Freunde. Das sind jetzt mal nichts. Da müsst ihr durch. Bedürfnisse. Wie sie dann was hatten? Die Nahrung. Die Nahrung. So, hoffentlich... Hoffentlich kriegen wir das... Kriegen wir das hier irgendwie auf die Reihe. Vielleicht überleben. Hoffentlich überleben wir das irgendwie. Die haben furchtbar Hunger. Ich befürchte fast, die drehen hier uns... Die drehen uns echt... Irgendwann durch. Vielleicht sollten wir noch ein paar bewaffnete Leute mehr einstellen. Ach, die werden alle mit Panzerwästen ausgerüstet. Sehr schön. Kostet uns natürlich eine Stange Geld. Aber das nützt nix. So, das wird überwacht. Überwacht. Ich glaube, das wird hin und her. Ich meine das. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert. Das wird überwacht. Inaktiv. Bauen Sie mehr Überwachungsmonitore. Gut, dann müssen wir noch ein Meer bauen. Bauen wir noch ein Meer. Objekte. Ein Überwachungsmonitor da. Zack. Müssen wir noch ein Meer bauen. Den platzieren wir mal schön hier hinten. Zack. Noch ein zweiter. So. Und strommäßig müssen wir da auch noch ein bisschen Saft hinhaben, glaube ich. Ein bisschen Strom. Nein, Quatsch. Stromkabel. So, das müsste reichen. Vielleicht klappt es ja. Mal sehen. Vielleicht klappt das ja. Meine Güte. Hier muss man echt... Die haben Hunger. Die haben furchtbar Hunger. Ach du Schandi. Die drehen uns echt hier am Rad gleich. So, die Duschen da. Da sind die Duschen fertig. Ich muss mal kurz hier auf Pause hier machen. Also das ist hier... Können wir das nicht drauf? Wir können es irgendwie auf Pause. So. Wir müssen die Duschen einmal größer machen. Räume. Dusche. Die machen wir dann ein bisschen größer hier. So. Und die genauso. So. Dann können wir hier noch ein bisschen Duschköpfe einbauen. Objekte. Quatsch. Na, na, na. Objekte. Wo waren sie jetzt? Da. Duschköpfe. Wir machen das Ding voll. So. Und natürlich müssen wir auf Wasserrohr unterlegen. Sonst kriegen wir hier ein kleines Problemchen. Waterrohrs. So. So. Das machen wir hier genauso. Nein. So. So. Und so. Alles klar. Die haben furchtbar Horror. Was ist das denn? Die trainiert vollkommen... Okay. Jeder wie er mag. Also, ne? Jeder wie er mag. Okay. Da wird doch geduscht. Was ist hier los? 16 Prozent. Durchsuchen. So. Wer läuft da hin und durchsucht den Laden? Wer kommt hier und durchsucht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer kommt und das durchsucht. Auf jeden Fall gefällt mir das da irgendwie jetzt nicht. Alter Schwede. Mann, 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 Mann. Das sieht hier aus. Furchtbar. Warum laufen hier zwei Leute in dem kleinen Trakt? Da laufen zwei Leute in dem kleinen Trakt. Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr also verrückt? Hallo, hallo. So geht's ja nur nicht. Hier läuft auch noch ein... Was ist denn hier los? Kann man das nicht zusammenlegen alles? Ähm... Ne, das ist natürlich doof. Hallo, nein. Das nehmen wir auch raus und das nehmen wir auch raus. Dann machen wir hier halt eben ne... ne Patrouille. So. So, hier auch ne Patrouille laufen lassen. Fertig. Aber dann können wir natürlich gar nicht reingucken, ne? Oder? Was ist hier oben los? Ein Hausmeister. Vielleicht ist unser Hausmeister ein bisschen überlastet. Gärtner, Gärtner, Hausmeister. Zack. So, mein guter. Mach mal. Eine verletzte dich da rum. Das sieht hier aus wie bei Hallihempels. Wo ist denn die Tür abgebildet? Hier war doch ne Tür vor, oder nicht? Oder haben die rausgerupft? So, das wird auf jeden Fall überwacht. Das ist gut. Gottes Willen. Gottes Willen. Hallo? Hier auch? Überwachung läuft. Aha. So. Inaktiv. Verbindung. Verbindung, Verbindung, Verbindung. So. So. Und hier auch. So. Und was ist mit der? Inaktiv. Können wir die... Lass mal auf. Können wir die Monitore nicht verbinden? Und den hier rüber? Können wir das noch nicht verbinden, dass es alles über einen Laden läuft? Inaktiv. Warum ist das inaktiv? Das ist doch jetzt nicht zu fassen, oder was? Da sind zwei Leute da. Oh, hier ist noch ein Foto. Ja. Das ist ein bisschen haarig, nicht wahr? Okay. So. Es wird kurz gespeichert. Das wird überwacht. Was ist hier das Problem? So gefährlich. Halt. Da oben ist irgendwas los. Da oben ist irgendwas los. Wache hier rein. Ne, warte. So. Und da rein. Checkt das mal, was da los ist. Halt. Stopp. Was macht er hier? Es bewaffnet der Freund hier. Sofort festnehmen. Ja, die machen Randale, weil das Essen scheiße ist. Ich weiß. Das ist natürlich klar. Das Essen ist voll Panne. Die sind voll sauer, weil das Essen schmisst es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was soll ich denn machen? Ähm. Aber das müsste doch jetzt... Warum zeigt er mir das nicht an? Also wenn das nicht angezeigt ist, wie kriegt er das ja auch nicht. Hm. Bietet gegen Bezahlung und die Teilnahme an. Einige Studien für die Auswirkung verschiedener Ernährungsgewohnheiten. Wir haben doch jetzt bald zwei Tage durch, oder nicht? Es geht nach unten. Wie sieht das aus mit dem Essen? Die Nahrung ist natürlich voll nach oben. Gleich gibt's Essen. Freunde. Da müsst ihr euch natürlich beeilen. Aber eigentlich müsste das ja schon Tag zwei sein. Theoretisch müsste das Tag zwei sein. Duschen ist zu gefährlich. Hm. Na gut, jetzt sind die ja im Gange. Ähm. Alter Schwede. Mann, 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 Mann. Mann. Ja. Die haben furchtbar Hunger, ist klar. Ich weiß, ich weiß. Wir müssen vielleicht auch mehr bewaffnete Wachen haben. Und vor allen Dingen, ich glaub den Hof hier, den bauen wir, wir müssen den Hof nochmal versetzen, oder den zweiten Hof bauen, oder sowas. Dass wir das ein bisschen woanders hinkriegen. Warum sind die inaktiv? Ich glaub's ja wohl nicht. Verbind. Warte mal. Warum sie über... Wir haben doch Monitore. Das ist wahnsinnig, oder was? So. So, ist das Ding jetzt aktiv, oder was? So, und was sagt die? Inaktiv. Und die ist aktiv. Okay. Inaktiv. So. Inaktiv. Warum? Ich werd nur wahnsinnig. Ist in Arbeit. Und das Ding ist inaktiv. Das läuft da. Eins, zwei, drei. Inaktiv. Warum ist diese blöde Kiste inaktiv? Wisst ihr was? Alle Verbindungen löschen. So. Die läuft. Das Ding läuft nicht. Das doch zum Reihern. Warum läuft das nicht? Hm. Die läuft. Okay. Die ist inaktiv. Verbinden. Nein, stopp. Das ist richtig. Die laufen zusammen jetzt, die beiden. Gut. Und die läuft... Und die läuft auf jeden Fall auch. Also wenn ich jetzt... Die hier könnte ich mit der verbinden. So. Dann müsste ich mit die darüber... Oder nicht? So, inaktiv. Und das Ding läuft. Der müsste das doch normalerweise hin und her schalten, oder nicht? Nach einer gewissen Zeit. Oder bin ich da falsch? Guck mal, jetzt läuft sie auch. Die ist jetzt inaktiv. Die läuft jetzt nicht. Die läuft. An einer bestimmten Zeit müssten die ja eigentlich... Denn das müssten die auf die übertreten. Also umschalten, oder nicht? Theoretisch. So, die sind am Essen. Ne, noch Freizeit. Gegessen haben sie. Auf jeden Fall gibt es nur... Gibt nur Suppe, Freunde. Gibt nur Suppe. Ganz ein Dach lang. Ähm, jetzt ist gleich Essenszeit. Die Essen sitzen schon. Die haben mächtig Kohldampf. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, der zeigt mir das furchtbar nicht an. Der zeigt mir das nicht an. Essen ist auf jeden Fall reichlich da, Freunde. So, das müsste eigentlich nur mal Tag 2 sein. Essen ist da. So, jetzt haben sie. Es ist Essenszeit. So, jetzt kommen sie. Alle. Die. Hungrige Meute. Was habt ihr hier denn gemacht? Einschließen 60 Minuten. 1,538. Eine Stunde, 38 Minuten. Unterdrückt. Die dreht ja voll am Rad. Was hat die denn mit ihrer Bude gemacht? Guckt euch das mal an da. Das geht ja gar nicht. Also, ehrlich. So. Wachleute haben wir da. Eine. Wir müssen da eine zweite Wacherei haben. Personaleinsatz. Wir haben hier gar keine Wache drin. Zwei Leute da rein. So. Das wollen wir auf jeden Fall unter Kontrolle halten hier. Soweit es uns irgendwie möglich ist. Irgendwie. Wäscherei. Gut, das haben wir so langsam im Griff. Da ist Überwachung. Die ist immer noch inaktiv. Diese Kamera wohnt mich. Total. Furchtbar. Die ist jetzt inaktiv. Aber die sind da verbunden. Ich denke mal, das schaltet sich so hin und her. Ich gehe da mal von aus. So, die Essen. Sind natürlich nicht so ganz glücklich über diese ganze Geschichte. Aber das müsste Tag zwei sein. Also, wenn wir diesen Tag durch haben, dann müsste das normalerweise abgekreuzt werden. Oder nicht? Muss doch. Ich dreh sonst durch. Ich dreh so voll durch. Ja, genau. Kirche. Wir müssen die Kirche bauen. Zuschüsse. Verbesserung durch Bildung. Fertigungsanlagen. Was machen wir? Zellenblock C? Verbesserung durch Bildung. Wir müssen die Bildung machen. Ich glaube, wir machen die Bildung. Ich denke mal, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Bis. Kurze Fertigungsanlagen. Fertigungsanlagen. Bildung. Wir machen mal auf Bildung. Schultische. Grundlagenausbildung. Allgemeinbildung abschließen. Das ist eine Sache, die dauert ziemlich lange. Diese Geschichte hier. Zack. Das machen wir. Kurzfristige Investition. Das machen wir auch. Okay. Ich weiß. Vielleicht war es falsch. Aber, naja. Bedürfnisse. Hygiene. Das ist soweit noch okay. Das geht alles noch. Das ist alles noch. Nahrung ist natürlich klar. Und wir müssen die Kirche bauen. Och Gott. Wir haben eine Menge zu tun. Wir müssen ja ordentlich was bereißen. Wir müssen ja ordentlich was schaffen. Ich weiß, warum. Ich weiß, warum das alles einzelne Geschichten sind. Hier oben. Weil wir hier die Türen reingesetzt haben. Ach du Schande. Ja stimmt. Naja. Ist ja nur auch egal. Die Tür können wir eigentlich offen lassen. Entriege. Kann aufbleiben. So. Das haben wir mit der hier genauso gemacht. Daran liegt es. Genau so war es auch. Stimmt. Stimmt so war es. Naja. So. Auf jeden Fall haben wir in der nächsten. Da ist wieder wieder fleißig geduscht. Das ist doch super. Das läuft. Dann müssen wir. Wie gesagt. Was müssen wir machen? Bildung haben wir. Ist klar. Unterrichtsräume. Ah Bildung. Müssen wir das freischalten? Das sind wir doch oder nicht? Recht. Was haben wir hier noch? Taser Ausgabe. Nach fünf Stunden. Alter. Dann geht es hier rund. Bildung. Haben wir doch Bildung freigeschalten? Nein. Nein. Haben wir nicht. Klar. Aber gut. Bildung müssen wir freischalten. Auf jeden Fall. Wir müssen eine Schule bauen. Und das werden wir hier. Das kommt hier irgendwie rein. Schule hier irgendwie rein. Und die Fertigungsanlagen kommen auch hier unten rein. Damit wir das alles ab dem Haufen haben. Damit wir ja nicht so viel hin und her reiern müssen. Und natürlich müssen wir auch mal sehen, dass wir den Laden von den Herrschaften fertig kriegen. Weil die haben auch glaube ich eine Bücherei und so ein Düdelkrams. Kann das sein? Was haben wir hier noch? Eine Werkstatt ist klar. Ist irgendwas mehr? Das ist der Gemeinschafts- Schlafraum. Wie auch immer. Forstbetrieb. Oh. Den haben wir doch gar nicht. Jetzt haben wir den Laden. Dürfen wir bauen. Forstraum. Postraum müssen wir auch machen. Postraum. Postraum und den Laden. Den bauen wir mal. Oder das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen, Freunde. Den werden wir hier irgendwo rein operieren. Genauso wie die Schule halt eben. Den Schulungsraum. Das werden wir auch noch rein machen. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ich sag mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Prison Architect wieder. Hier in unserem Frauenknast. Wo das so langsam drauf und runter geht. Aber. Überwachungskameras. Warum ist dieses blöde Kamera inaktiv? Meine Güte. Nochmal zu. Das werden nicht meine Freunde. Das glaube ich nicht. Na gut. Die läuft aber. Die funktioniert. Und die funktioniert auch. Hm. Na gut. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. 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 . . Ciao. Vielen Dank.